Soweit jetzt bei den letzten Wettbewerb mit 100 Prozent. Wir spielen Quarantäne mit Robin. 30.000 ist unser Ziel. Mal gucken, ob ich mich da besser oder schlechter anstelle. Soweit! So, das war auf jeden Fall schon mal ein besserer Einstieg als davor. Ich muss mich auf den Kampf konzentrieren und dann noch versuchen zu kommentieren. Das ist so eine Hardcore Miss! Was war das denn? Nein, nein, nein. Hey, hat der mich gekratzt? Hey, was soll denn das? Hey! Ha, was ein Salto auf dem Mortal-Anschluss. Juhu! Hey! Hey, was machst du denn? Ja! Ja! Ja, also alles wieder ganz! Neck dich mal hin. Machen sie aber nicht. Boah, war der knapp, alter Schall. Hast du keine Komme kaputt gemacht? Hast du keine Komme kaputt gemacht? Hast du keine Komme kaputt gemacht? Was machen wir? So, so, so. Schweine Priester. Ich müsste aber trotzdem über die 30 Stasen kommen. Aber viel da nicht. Guck. 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 Gar nicht. Wir werden dich verrecken lassen. Hey, was? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Und sind bisher noch zwei? Hey. Ne, ich hab keinen Bock das gleich wieder... ...haha... 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 box was soll der falsche hatte ich so konzentriert nicht getroffen sein ich hänge hier fest ich kann nichts machen lasst mich in ruhe ich war schlecht aber ich wollte nur noch durchkommend diese map da habe ich vor den schocken gehabt ich kann wissen meine kumpel